Tod Manchmal wünschte ich mir nichts sehnlicher als tot zu sein. Keine Gedanken, Sorgen oder Verantwortung. Immerwährende Dunkelheit würde mich umgeben. Dunkelheit kann so entspannend und befreiend sein. Sich dorthin zu verkriechen, das Geschehen ignorieren. Himmlische Ruhe umgebe meine Gedanken. Es ist eine Illusion, der ich mich hingebe. Die Realität ist dann nüchtern, wenn ich nur die Augen öffne. Das Klingen des Weckers reißt mich jeden Morgen ins Leben zurück. Der alltägliche Trott beginnt. Aufstehen, Duschen, Anziehen und Frühstücken. Die Familie bleibt auf der Strecke. Dann geht es wie gewohnt weiter zur Arbeit, die üblichen acht bis zehn Stunden. Manchmal sieben Tage die Woche. Kommt zu Hause, geht's schlafen. Ein Teufelskreis. Wo bleibt die Zeit für die Menschen, die ich liebe? Oder für mich? Mein Leben ist zur Routine geworden. Warum über meinen eigenen Schatten springen und ausbrechen, wenn das, was ich kenne, so einfach ist? Immer wieder Entscheidungen treffen. Wichtige. Und welche deren Gedanken Verschwendung sind. Ich kann nicht mehr. Wie ich auch entscheide. Es ist endgültig. Warum nicht einfach drauf loshandeln? Ein Risiko eingehen. Warum können selbst die einfachsten Dinge tonnenschwer werden? Was will ich eigentlich? Habe ich mir je aufrichtige Gedanken über das gemacht, was mir wirklich wichtig ist? Ist es ein solider Arbeitsplatz? Eine Karriere mit viel Geld? Oder etwas Menschliches? Wie die Zeit für die Menschen zu haben, die mich lieben? Doch wer kann schon ohne Geld in dieser verrückten Welt überleben? Es regiert sich schließlich. So viel muss ich hinnehmen, um mir das Lebensnotwendige leisten zu können. Schlechtbezahlte Jobs, Chefs, denen meine Leistung nie genügt, die mich immer als überbezahlt betrachten. Ich bin ein Sklave des Systems geworden. Die Angst, arbeitslos zu sein, ist so groß, dass man anfängt, sich selbst zu verleugnen und unzumutbare Eingeständnisse macht. Gar, wie viel Mühe ich mir gemacht habe und wie gut ich war. Von Anerkennung keine Spur. Einsparungen heißt es, und der einst so sichere Job war einmal. Nichts war je sicher, abgesehen von den leeren Versprechungen. Versprechungen. Und jetzt? Würde und Stolz verblassen. Einsam und weggeworfen fühle ich mich. Wertlos. Ich will nicht vor die Hunde gehen. Worte ändern nichts. Handeln heißt die Devise. Doch ich, ich schiebe dies und vor allem wichtige Entscheidungen nur auf. Bis es irgendwann zu spät ist. Warum ist es so schwer, etwas im Leben zu wiederholen? Eine zweite Chance wird selten gegeben. Die Zeit läuft unaufhaltsam weiter. Eigentlich müsste ich jede Sekunde sinnvoll nutzen. Denn weiß ich, wann ich keine mehr habe. Warum kann ich die Zeit nicht zurückdrehen? Ich würde so viel ändern. Wer bin ich eigentlich? Was ist aus mir geworden? Wie konnte ich vergessen, dass all meine Taten, all meine Worte und Entscheidungen nicht nur mein Leben beeinflussen? Ich schwor immer, für sie da zu sein. Egal, wie aussichtslos die Situation sein würde. Sie schützen. Auf sie aufpassen. Sie lieben in guten und schlechten Tagen. Ich wollte ihnen ein gutes, annehmbares und erfülltes Leben bieten. Mit ihnen die schönen Dinge teilen. Dazu gehört doch nicht viel. Stattdessen habe ich ihnen alles genommen, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Nie wollte ich sie verletzen, im Stich lassen. Doch ich habe versagt. Sie kamen nicht nur auf die Idee, dass ich es für sie mache. Wie konnte ich sie so enttäuschen? Warum war ich nur so blind? Weil ich gehandelt habe, ohne richtig zu denken. Tod. Ich wünschte mir nichts mehr als tot zu sein. Keine Gedanken. Keine Sorgen mehr. Kein schneller, simpler Weg aus dem Chaos. Ich liebe Dunkelheit. So ruhig. So friedlich. Blödsinn. Keine Entscheidung ist wirklich leicht. Egal welche ich treffe. Ich muss mit dem Ergebnis leben. Ich kann nichts ungeschehen machen. Das Leben ist eine Herausforderung und ich muss mich ihm stellen. Verantwortung zeigen für meine Taten und Worte. Niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Ich muss lernen, damit zu leben. Bein. Ein Kind. Hinterherr Motto- Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020